REMAX Immobilie, Rolf Jensbergen, hallo und guten Tag miteinander. Heute bei wunderschönem Herbstwetter aus Gossau, genau gesagt von der Kirchstrasse, wo hinter mir ein wunderschönes, kleines Mehrfamilienhaus entsteht. Der Abbruch von der Altenliegenschaft und der Ausruf ist planmässig vonstatten gegangen, so dass man im Zeitplan ist und dass die Fertigstellung auf den September-Oktober 2023 gewährleistet ist. Von diesen fünf Einheiten sind bereits drei Einheiten verkauft. Frei ist noch eine dreieinhalb Zimmer Attica-Wohnung und eine viereinhalb Zimmer Wohnung im ersten Obergeschoss. Genau der richtige Zeitpunkt zum jetzt einsteigen, weil jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Wohnung so zu gestalten, wie Sie das gerne möchten. Interessiert? Dann rufen Sie mir an oder schreibt mir eine E-Mail und ich schicke Ihnen die umfangreichen Dokumentationen zu diesem Neubauprojekt zu. Ich freue mich auf Sie. REMAX Immobilie, Rolf Jensbergen. Wenn es umgeht, Liegenschaften, erfolgreich zu verkaufen und erfolgreich zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017